Hi, ich bin Erik Felsk, ich bin 20 Jahre alt und mache gerade eine Ausbildung zum Chemikanten. Also ich bin zu Uzi & Uzi über einen Freund gekommen, der auch in der Produktion arbeitet. Ich habe davor als Ferienarbeiter geschafft, als Aushilfe und dann jetzt eben Ausbildung. Aktuell bin ich in einer Maschinenhalle eingesetzt. So typische Aufgaben werden zum Beispiel das Brechen vom Harz, händische Zugaben von Säcken oder Hoboks oder eben Sackbache. Die körperliche Arbeit muss auf jeden Fall gemacht sein. Es kann sehr anstrengend werden, aber aktuell testen wir auch Exoskelette, die das Fragen und Themen erleichtern. Nach meiner Ausbildung werde ich sehr gerne bei der Uzi & Uzi bleiben, am liebsten in der Maschinenhalle. Dort ist das Team einfach top. Weiterbildungsmöglichkeiten werden zum Beispiel der Meister, Techniker oder eben der Schichtmeister. Uzi nutzt es für mich der richtige Arbeitgeber, weil man am Ende vom Tag weiß, was man geschafft hat und die Arbeit einfach super ist.